Das Weltraumteleskop Hubble ist wirklich DER Star der Astronomie. Es ist quasi unser Auge im All und liefert uns mittlerweile bereits seit 30 Jahren immer wieder neue, spektakuläre Einblicke ins Universum. Doch sein Ende ist vorprogrammiert und auch ein möglicher Nachfolger steht schon fest und der wird spektakulär, absolut spektakulär und er wird unsere Sicht auf die Welt verändern im wahrsten Sinne des Wortes. Clixoom Science & Future, hier gibt's drei Mal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts, los geht's! Herzlich Willkommen! Clixoom gibt's übrigens auch auf die Ohren als Podcast, die Links zu Spotify und Apple Podcasts sind unten in der Videobeschreibung. Am 24. April 1990 war das Hubble-Weltraumteleskop in die Erdumlaufbahn gestartet. Damit begann seine Erfolgsgeschichte. Denn es sind nicht nur farbenprächtige Aufnahmen kosmischer Phänomene, die wir Hubble zu verdanken haben. Dabei waren auch zahlreiche superwichtige, spektakuläre und überraschende Erkenntnisse für Astronomie-Teams weltweit. Hubble hat es uns beispielsweise ermöglicht, die Ausdehnung und das Alter des Universums zu bestimmen. Auch spannende Infos zu Quasaren und der dunklen Materie hat uns Hubble beschert. Durch Hubble gab es Bestätigung darüber, dass gigantische schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien sitzen und sich der Kosmos immer schneller ausdehnt. Diese Ausdehnungsgeschwindigkeit konnte zudem mit nie zuvor erreichter Genauigkeit bestimmt werden. Dazu der US-Forscher Steve McQuell. Seit dem Start des Hubble-Weltraumteleskops im Jahr 1990 hat dieses großartige Observatorium unsere Augen für die Wunder des Kosmos geöffnet und eine neue Ära der Astronomie, Astrophysik und Planetenforschung eingeläutet. Das alles wird möglich durch die einzigartige Kombination aus breitem Spektrum und Sehschärfe. Von seinem Orbit aus, rund 560 Kilometer über der Erdoberfläche, kann Hubble in die Tiefen des Alls blicken und das ohne von atmosphärischen Störungen beeinträchtigt zu werden. Dazu kommt die Fähigkeit, durch exakte Steuerung und die Kombination zahlreicher Aufnahmen gigantische Bilder zu machen, die hunderten HD-Bildschirmen entsprechen. Die Bandbreite seiner Optik ist enorm. Hubble kann somit nicht nur die energiereiche Strahlung heißer Gasnebel einfangen, sondern auch durch verhüllende Staubwolken blicken. Diese Kombination macht Hubble einzigartig bis heute. Dabei handelt es sich eigentlich um ein normales Spiegelteleskop, das jedoch weit über der störenden Atmosphäre positioniert ist. Zudem sind seine optischen Instrumente äußerst geschickt kombiniert und das führt zu seiner außerordentlichen Präzision und Scharfsicht. Jedes optische Instrument bekommt hier einen festen Anteil des Lichts, so können alle gleichzeitig aktiv sein. Ein deutlicher Unterschied zu vielen anderen Teleskopen, die eben nicht verschiedene Daten desselben Objekts zu einem und demselben Zeitpunkt sammeln können. Besonders wichtig der Primärspiegel. Doch dessen Herstellung war nicht ohne. Denn seine Krümmung musste perfekt stimmen, damit überhaupt ein scharfes Bild geliefert werden kann. Die Oberfläche des Spezialglases dürfte dabei nicht um mehr als ein Achthunderttausendstel von der perfekten Kurve abweichen und so dauerte sein Schleifen, Achtung, ein ganzes Jahr. Zum Vergleich hätte der Spiegel den Durchmesser der Erde, wären gerade einmal 18 Zentimeter erlaubt. Doch dann das Problem, dass das Hubble-Projekt fast scheitern ließ, nachdem das Teleskop schon im Orbit war, mussten die Fachleute eine erschreckende Erkenntnis machen. Der Primärspiegel war zwar genau, dafür aber falsch geschliffen. Vier Mikrometer zu flach, vergleichbar also mit einer Hornhautverkrümmung. Doch obwohl das wirklich nur eine mini-winzige Abweichung darstellt, stellte dieser Fehler ein riesiges Problem dar. Denn das Licht traf nicht mehr fokussiert auf die Brennebene, Hubble's Blick war verzerrt und die ersten Bilder unscharf. Für diesen Seefehler entwickelten die Fachleute dann eine Art Brille. Ein System aus Nebenspiegeln wurde installiert, um diese Abweichung zu korrigieren. Hört sich alles leichter an als gesagt, denn das Instrument mit der Bezeichnung COSTAR, Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement, musste ja erst einmal in den Orbit gebracht werden, um dort am Teleskop montiert zu werden. Ein Space Shuttle flog deshalb zum Teleskop und Astronauten bauten das System in stundenlangen Außeneinsätzen ein. Doch die ganze Mühe hat sich gelohnt, so sah ein Bild vorher aus und so nach der Reparatur. Heute ist die Brille längst nicht mehr notwendig, mit der Zeit kamen neue optische Instrumente dazu, die Hubble-Seefehler korrigieren. Denn immer wieder flogen Missionen mit dem Space Shuttle zum Hubble-Weltraumteleskop und verbesserten seine Leistung. Eines der ersten spektakulären Bilder gelang Hubble fünf Jahre nach seinem Start. Die Rede ist vom ersten sogenannten Hubble-Deep-Field. Durch eine lange Belichtung wurde das Bild möglich, das Tausende von Galaxien zeigt und außerdem auch einen Blick in die Vergangenheit. So wurde es Astronomie-Teams also quasi direkt vor Augen geführt, wie Galaxien entstehen. Doch nicht nur das hat Hubble uns ermöglicht, sondern auch gezeigt, dass Albert Einstein recht hatte. Es geht um den sogenannten Gravitationslinseneffekt. Einfach gesagt, große Massen lenken Licht ab und genau das hatte schon Albert Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt. Deutlich zu erkennen ist das auf dem Bild namens Happy Face. Es handelt sich hier vielleicht um eines der schönsten Himmelsobjekte überhaupt. Und zwar ein Stück rechts unterhalb des Kastens des großen Wagens. Ein strahlendes Gesicht. Tatsächlich handelt es sich bei den Augen um zwei gelblich leuchtende Galaxien in rund 4,5 Milliarden Lichtjahren Entfernung, die Teil eines massereichen Galaxienhaufens sind. Klar ist, dahinter versteckt sich wohl eine Galaxie, die bläulich leuchtet. Mehrere bläuliche, bogenförmige Bilder umgeben einen Galaxienhaufen. Vom Gravitationslinseneffekt ist die Rede, weil die Lichtstrahlen der weit entfernten Galaxien von der Anziehungskraft des Galaxienhaufens abgelenkt werden. Und es gibt weitere äußerst spektakuläre Bilder, die Hubble uns in den vergangenen 30 Jahren geliefert hat. Platz 5. Riesenspiralgalaxie UGC 2885 Eine echte Godzilla-Galaxie. Diese Hubble-Entdeckung ist nur wenige Monate her. Die NASA hatte hier die möglicherweise größte bekannte Galaxie im näheren Universum aufgespürt. Deswegen auch der Spitzname Godzilla-Galaxie. Der offizielle Name dieser Galaxie allerdings lautet UGC 2885. Was wir bislang über sie wissen. 232 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und 2,5 Mal so breit wie die Milchstraße. Also zweieinhalb Mal so breit. Zudem beherbergt sie zehn Mal so viele Sterne wie die Milchstraße. Fachleute weltweit wollen jetzt herausfinden, wie diese Galaxie so groß werden konnte. Platz 4. Pillars of Creation Was für ein Bild. Diese Entdeckung des Hubble-Weltraumteleskops gelangt pünktlich zum 25. Geburtstag. Also vor fünf Jahren. Hierbei handelt es sich möglicherweise um die merkwürdigste Struktur im sichtbaren Universum. Die Fachleute der NASA und ESA haben ihr den Namen Pillars of Creation gegeben. Übersetzt heißt das so viel Säulen der Schöpfung. Sie liegen 6500 Lichtjahre von der Erde entfernt. In ihrem Inneren entstehen aus Staubpartikeln und gasförmiger interstellarer Materie immer wieder neue sonnenähnliche Sterne. Es handelt sich also quasi um den Kreißsaal der Sterne. Platz 3. Dreiecksnebel Bei dem Dreiecksnebel handelt es sich um die drittgrößte Spiralgalaxie der sogenannten lokalen Gruppe nach der Milchstraße und dem Andromedanebel. Hubble gelang hier das bislang detailreichste Bild dieser Nachbargalaxie unserer Milchstraße. Es hat 665 Millionen Pixel und wurde von einem Münchner Forschungsteam aus 54 Einzelaufnahmen zusammengesetzt. Diese Spiralgalaxie enthält 40 Milliarden Sterne und einige aktive Sternfabriken. Bei guten Bedingungen ist sie sogar mit dem bloßen Auge als milchiges Fleckchen zu erkennen. Fachleute wollen das Bild nutzen, um sogenannte Sternentstehungsgebiete in der kleinen Spiralgalaxie genauer zu analysieren. Platz 2. Der Pferdekopfnebel Das Bild zum Pferdekopfnebel wurde zum 23. Jahrestag von Hubble veröffentlicht. Es handelt sich um eine sogenannte Dunkelwolke. Leuchtendes interstellares Gas erhebt sich in Form eines Pferdekopfes. Hubble gelang eine spektakuläre Infrarotaufnahme des Gas- und Staubnebels, der in sichtbarem Licht kaum zu erkennen ist. Doch die Infrarotaufnahme offenbart sogar feine Strukturen im Gas des Nebels, die sich hinter dem Staub verbergen. Der Nebel selbst hat sich nach Ansicht der Fachleute durch eine zusammenstürzende Wolke interstellaren Materials gebildet. Ein heißer Stern in direkter Nähe bringt ihn zum Leuchten. Um den Pferdekopf herum hat sich die Gaswolke allerdings bereits aufgelöst. Forschende gehen davon aus, dass sich auch der Pferdekopf selbst in etwa 5 Millionen Jahren aufgelöst haben wird. Platz 1 – kosmisches Riff Diese wunderschöne Aufnahme, die die ganze Farbenpracht des Kosmos verdeutlicht, schenkt uns Hubble zu seinem diesjährigen Jubiläum. Es handelt sich um ein Porträt des Riesennebels NGC 2014 und seines Nachbarns NGC 2020 – die blaue Struktur. Die Teil der großen Magellanschen Wolke sind eine Galaxie, die unsere Milchstraße begleitet. Das Ganze erinnert ein wenig an eine spektakuläre Unterwasserwelt und deswegen gaben die Fachleute ihm den Spitznamen kosmisches Riff. Im rechten Teil des Bildes in der rötlichen Region entstehen in Gas- und Staubwolken neue Sterne. Unten links das blaue Objekt zeigt einen einzelnen massereichen Stern, der sich dem Ende seiner Existenz nähert. Er ist 200.000 Mal heller als die Sonne. Solche Nebel, solche Aufnahmen gibt es erst seit Hubble. Der absolute Wahnsinn. Doch trotz dieser spektakulären Erfolge ist klar, dass es mit Hubble nicht ewig so weitergehen wird. Sein Ende ist vorprogrammiert. Nicht nur die extremen Bedingungen im Weltheit setzen Hubble zu, außerdem auch die Schwerkraft. Etwa anderthalb Kilometer sinkt das Weltraumteleskop pro Jahr in 17 Jahren 2037. Dann wird Hubble so weit abgesagt sein, dass es in die Atmosphäre eintritt. Die NASA-Fachleute wollen dann entscheiden, wie es konkret mit Hubble zu Ende geht. Zur Auswahl steht entweder ein kontrollierter Absturz oder aber das Parken in einem höheren, stabilen Orbit. Letzteres könnte mithilfe einer unbemannten Sonde passieren. Beide Maßnahmen sollen verhindern, dass Trümmerteile auf bewohnte Regionen stürzen. Denn Hubble würde aufgrund seiner Größe nicht komplett in der Atmosphäre verglühen. Dazu der NASA-Mitarbeiter Dwayne Brown. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir entscheiden, welche Methode eingesetzt wird. Solange die Hardware funktioniert, werden wir aber Hubble weiter betreiben und es ihm ermöglichen, weiter wissenschaftliche Daten zu liefern. Doch es gibt einen Nachfolger. Wir haben immer mal wieder darüber berichtet, das James Webb Space Telescope, GWST. Möglicherweise könnte dieses riesen Weltraumteleskop mit seiner hundertfach besseren Auflösung als Hubble die Astronomie komplett revolutionieren. Es wurde unter anderem speziell dafür entwickelt, außerirdisches Leben zu suchen. Anders als das Hubble Teleskop, das im sichtbaren, nahen ultravioletten und nahen infraroten Spektrum sucht, ist das JWST ein Supertalent im Infraroten-Bereich. So kann es beispielsweise die Atmosphäre von Exoplaneten analysieren, die wiederum Hinweise auf planetares Leben gibt. Die Satelliten und Teleskope, die wir derzeit zur Verfügung haben, sind dafür einfach nicht leistungsstark genug. Aber nicht nur das, Fachleute erwarten unglaubliche Aufnahmen und Erkenntnisse zu Stern- und Planetensystemen. Und zuletzt könnte das Riesenteleskop auch dazu beitragen, endlich auch dem mysteriösen Rätsel der dunklen Materie auf die Spur zu kommen. Doch die Historie von JWST ist geprägt von Misserfolgen. Ursprünglich sollte das Weltraumteleskop schon 2014 mit einer Ariane 5-Trägerrakete starten. Doch der Bau des Teleskops wurde aufgrund der enormen Kosten unterbrochen. Dann wurden technische Mängel festgestellt, zuletzt im Sommer 2018. Da fiel bei Vibrationstests auf, dass einige Schrauben locker waren. Und so wurde der neue Starttermin von Mai 2020 auf den 30. März 2021 verlegt. Und der ist jetzt auch zumindest fraglich. Wegen Corona konnte zeitweise nicht weiter am Teleskop gearbeitet werden. Wann wir also die ersten spektakulären Aufnahmen sehen werden, steht in den Sternen im wahrsten Sinne des Wortes. Die NASA hatte vergangenen Jahres verkündet, dass vor allem die Supernova 1987A beobachtet werden soll, wenn es denn dann soweit ist. Als sie 1987 aufgespürt wurde, handelte es sich um die hellste Supernova seit 400 Jahren. Auch wenn ihr Licht mittlerweile verblasst ist, könnten uns ihre Überreste verraten, wie Sterne leben und sterben. Dazu die NASA-Mitarbeiterin Olivia Jones. Wir haben keine Ahnung, woraus der Staub der Supernova 1987A besteht. Webb wird uns nicht nur die Zusammensetzung des Staubs, sondern auch seine Temperatur und Dichte des Staubes näher bringen. Und diese Analyse wird sicherlich folgenreiche Erkenntnisse mit sich bringen. Denn Staub spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der nächsten Generationen von Sternen, Planeten und auch Galaxien. Doch klar ist auch, dass das JWST Hubble nicht komplett ersetzen kann. Denn es deckt nicht die volle Bandbreite von Hubbles Instrumenten ab. Die Leistung und Auflösung von Hubble im ultravioletten und sichtbaren Licht kann seinen Nachfolger nicht ersetzen. Doch es gibt einen weiteren Plan, der Large UV Optical Infrared Surveyor LUVOIR übersetzt. Also so viel wie großer Vermesser im ultravioletten, sichtbaren und infraroten Bereich. Bislang handelt es sich nur um einen Plan. Doch LUVOIR könnte wie das Hubble-Weltraumteleskop vielseitig eingesetzt werden. Doch es steht noch eine Finanzierungszusage aus. Wenn diese aber erfolgt, könnte die Entwicklung zeitnah beginnen. Dann wäre dieses Teleskop möglicherweise in den späten 2030er Jahren am Start. Dann bin ich jetzt erstmal mega gespannt auf die ersten Aufnahmen des James Webb-Weltraumteleskops und auf meine eigenen. Ich habe mir nämlich hier auch ein kleines Hubble zugelegt. Wie das Hubble ist es ein Spiegelteleskop. Allerdings gibt es hier keinen Sekundärspiegel wie beim Hubble-Teleskop, sondern das Licht fällt direkt von hier vorne über den Spiegel ins Okular. Da wird es über einen Umlenkspiegel reingelenkt. Nur hier sind übrigens, also hier im Okular sind die Linsen eingebaut. Sie bestimmen dann über die Vergrößerung. Also unbedingt mal bei Instagram vorbeischauen. Da werde ich sicher immer mal wieder eine Aufnahme veröffentlichen. Denn schon mit diesem Teleskop sind spektakuläre Aufnahmen möglich. Also hier, ne, da geht es zu Instagram. Unbedingt draufklicken und abonnieren. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.